Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um den Octobus Ozongenerator WDH-AP005. Wenn du noch nicht genau weißt, ob dieser Ozongenerator für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zum Ozongenerator unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Was macht so ein Ozongenerator überhaupt? In erster Linie geht es darum, unangenehme Gerüche zu neutralisieren oder zu beseitigen. Wenn du also in einem Raum bist und merkst, hier riecht es irgendwie nicht so gut, das gefällt mir nicht, dann könnte so ein Ozongenerator zum Einsatz kommen. Die Frage ist aber, muss man sich dafür direkt einen Ozongenerator anschaffen? Ist der Geruch so unangenehm, dass man es nicht aushält? Braucht man ein solches Gerät? Diese Frage kann ich natürlich pauschalisierend für dich nicht beantworten. Du musst dir selbst die Frage stellen, der Geruch ist unangenehm? Ist er so unangenehm, dass ich ihn mit einem Ozongenerator bekämpfen möchte oder nicht? Diese Frage musst du dir stellen. Ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Ozongenerators bewerten. Und das macht auf mich einen guten Eindruck. Ich bin der Ansicht, dass du ein funktionales Gerät zu einem fairen Preis erwerben kannst. Doch da muss sich natürlich auch wieder jeder sein eigenes Bild machen. Kommen wir nochmal zurück zur Hauptfunktion des Ozongenerators. In erster Linie werden sie eingesetzt, um gezielt unangenehme Gerüche in Räumen zu beseitigen. Das ist sozusagen die Hauptfunktion. Und hier sollte sich dann wirklich jeder selbst die Frage stellen. Okay, soll ich ein bisschen Geld in die Hand nehmen für so ein Gerät, um damit Gerüche zu neutralisieren? Ist das eine gute Idee oder nicht? Das kann ich pauschalisierend nicht beantworten. Das hängt wirklich vom Einsatz, vom speziellen Anwendungsfall ab. Ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Ozongenerators bewerten. Und das macht auf mich einen guten Eindruck. Ich bin der Ansicht, dass du hier einen funktionalen Ozongenerator zu einem fairen Preis erwerben kannst. Aber das ist auch nur meine Ansicht. Ja, mach dir bitte auf jeden Fall auch noch deine eigene Ansicht zum Thema Ozongenerator. Die Hauptfunktion Neutralisierung oder Neutralisation, besser gesagt unangenehme Gerüche. Soll man dafür direkt sich so eine Gerätschaft anschaffen oder nicht? Das muss wirklich jeder selbst beantworten. Deswegen beziehe ich mich hier auf das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Ozongenerator. Und das macht auf mich einen fairen Eindruck. Das ist aber auch wiederum nur meine Perspektive. Da muss einfach jeder selbst sich die Frage stellen, ist das für meinen Fall eine gute Idee oder nicht? Weil da gibt es viele Faktoren zu beantworten, die ich hier im Detail jetzt nun auch nicht erklären kann. Deswegen thematisiere ich das Preis-Leistungs-Verhältnis von diesem Ozongenerator. In meinen Augen bekommst du hier eine funktionale Gerätschaft zu einem fairen Preis. So viel kann ich dazu sagen. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass dir mein Ratgeber zum Thema Ozongenerator weitergeholfen hat. Wurde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das Amazon-Angebot zu dieser Gerätschaft werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute. Ciao. Ciao. Vielen Dank.